Unter Qualia oder phänomenalem Bewusstsein versteht man den subjektiven Erlebnisgehalt eines mentalen Zustandes. Das Verständnis der Qualia ist eines der zentralen Probleme der Philosophie des Geistes. Dort wird von manchen angenommen, dass ihre Existenz nicht mit den Mitteln der Neuro- und Kognitionswissenschaften erklärbar ist. Die erste Verwendung des Begriffes lässt sich auf das Jahr 1866 datieren und geht auf den amerikanischen Philosophen Charles S. Peirce zurück. Doch erst 1929 wurde er durch C. I. Lewis in dem Buch Mein Dental World Order im Sinne der aktuellen Philosophie des Geistes bestimmt als erkennbare Charaktere des Gegeben, die wiedererkannt werden können und deshalb eine Art Universalien sind. Ein in der Literatur häufig anzutreffendes Synonym für den Begriff der Qualia ist der englische Ausdruck R.A.W. Fields. Begriffsbestimmung Unter Qualia wird der subjektive Erlebnisgehalt mentaler Zustände verstanden. Doch gerade ein solches subjektives Element scheint sich jeder intersubjektiven Begriffsbestimmung zu widersetzen. Der Philosoph Thomas Nagel hat zur Bestimmung der Qualia die Redeweise geprägt, dass es sich auf eine bestimmte Weise anfühlt, in einem mentalen Zustand zu sein. Wenn eine Person etwa friert, so hat dies in der Regel verschiedene Konsequenzen. In der Person laufen etwa verschiedene neuronale Prozesse ab und die Person wird ein bestimmtes Verhalten zeigen. Doch das ist nicht alles. Es fühlt sich für die Person auch auf eine bestimmte Weise an, zu frieren. Allerdings kann Nagels Bestimmungsversuch nicht als allgemeine Definition gelten. Eine Bestimmung von Qualia durch die Phrase sich auf bestimmte Weise anfühlen setzt voraus, dass diese Phrase schon verstanden ist. Wem jedoch die Rede von subjektiven Erlebnisgehalten nicht einleuchtet, der wird die Phrase auch nicht verstehen. Netblock hat das Problem der Begriffsbestimmung daher wie folgt kommentiert. Sie fragen, was ist das, was Philosophen qualitative Zustände genannt haben? Und ich antworte nur halb im Scherz. Wie Louis Armstrong schon sagte, als man ihn fragte, was Jess sei. Wenn du erst fragen musst, wirst du es nie verstehen. Netblock, Trombles with Functionalism Die Probleme, die bei der Bestimmung von Qualia auftreten, haben einige Philosophen wie Daniel Dennett, Patricia und Paul Churchland dazu veranlasst, Qualia als gänzlich unbrauchbare Begriffe abzulehnen und stattdessen einen Qualia-Eliminativismus zu vertreten. Ansgar Beckermann kommentiert hingegen, und wenn jemand sagt, er wisse trotzdem nicht, worin der qualitative Charakter etwa eines Geschmacksurteils bestehe, können wir diesem Unverständnis so begegnen. Wir geben ihm einen Schluck Wein zu trinken, lassen ihn danach ein Pfefferminzbonbon glutschen und geben ihm dann noch einen Schluck desselben Weins mit der Bemerkung, Das, was sich jetzt geändert hat, das ist der qualitative Charakter deines Geschmacksurteils Ansgar Beckermann, analytische Einführung in die Philosophie des Geistes, das Rätsel der Qualia. Auch wenn die explizite Diskussion der Qualia erst im 20. Jahrhundert aufkam, ist das Problem der Sachen nach schon weit länger bekannt. Schon bei René Descartes, John Locke und David Hume lassen sich ähnliche, wenn auch nicht weiter ausgeführte Gedankengänge dieser Art finden. Hume beispielsweise behauptete in seinem Treatise on Human Nature, We cannot form to ourselves a just idea of a taster of a pineapple, without having actually touched it. Wir können uns keinen Begriff vom Geschmack einer Ananas bilden, ohne diese tatsächlich gekostet zu haben. Auch Gottfried Wilhelm Leibniz formulierte das Qualia-Problem in einem eindringlichen Gedankenexperiment. Leibniz lässt uns durch ein gigantisches Modell des Gehirns laufen. Ein solches Modell wird darüber informieren, wie im Gehirn Reize auf eine sehr komplexe Art und Weise verarbeitet werden und schließlich mittels Erregungsweiterleitung in verschiedenen Körperteilen zu einer Reaktion führen. Aber, so Leibniz, nirgendwo werden wir in diesem Modell das Bewusstsein entdecken. Eine neurowissenschaftliche Beschreibung werde uns also über das Bewusstsein vollkommen im Dunkeln lassen. In Leibniz' Gedankenexperiment kann man leicht das Qualia-Problem entdecken, denn zu dem, was man in dem Gehirnmodell nicht entdecken kann, gehören ganz offensichtlich auch die Qualia. Das Modell mag uns etwa darüber aufklären, wie eine Lichtwelle auf die Netzhaut trifft, dadurch Signale ins Gehirn geleitet und dort schließlich verarbeitet werden. Es wird uns nach Leibniz' Ansicht jedoch nicht darüber aufklären, warum die Person eine Rotwahrnehmung hat. Eine weitere frühe Formulierung des Qualia-Problems geht auf den Physiologen Emil Dubois-Raymond und sein Ignorabimus-Rede zurück. In seinem 1872 auf der Naturforscher-Versammlung in Leipzig gehaltenen Vortrag über die Grenzen des Naturerkennens erklärt Dubois-Raymond die Frage, nach dem Bewusstsein zu einem Welträtsel, welche denkbare Verbindung besteht zwischen bestimmten Bewegungen bestimmter Atome in meinem Gehirn einerseits, andererseits den für mich ursprünglichen, nicht weiter definierbaren, nicht wegzuleugnenden Tatsachen Ich fühle Schmerz, fühle Lust, ich schmecke Süßes, rieche Rosenluft, höre Orgelton, sehe Rot, Emil Dubois-Raymond, über die Grenzen des Naturerkennens. Die gegenwärtige Debatte um Qualia fußt vor allem auf dem Aufsatzwort Ist It Like Tobi Erbart, des Philosophen Thomas Nagel. Nagels Aufsatz fiel in eine Zeit, in der die Philosophie des Geistes durch die Entwicklungen der Neuro- und Kognitionswissenschaften überwiegend reduktionistisch geprägt war. Er argumentiert nun, dass die Naturwissenschaften das Phänomen des Erlebens gar nicht erklären könnten. Schließlich seien die Wissenschaften in ihrer Methode auf eine Außenperspektive festgelegt, in der sich die Innenperspektive des Erlebens gar nicht fassen lasse. Nagel versucht seine Position mit einem berühmt gewordenen Beispiel zu illustrieren. Er fordert dazu auf, sich eine Fledermaus vorzustellen. Nun können wir, so argumentiert Nagel, bei so fremden Lebewesen zwar viele neurowissenschaftliche und ethologische Experimente durchführen und dabei auch einiges über die kognitiven Fähigkeiten einer Fledermaus herausfinden. Wie es sich jedoch für die Fledermaus anfühlt etwa ein Objekt mittels Hechtortung zu lokalisieren, bleibe uns verschlossen. Nagel schließt aus diesem Beispiel, dass die subjektive Perspektive der Qualia nicht durch die objektive Perspektive der Naturwissenschaften zu erschließen sei. Qualia-Argumente Zusätzlich zu dem allgemein formulierten Qualia-Problem wurden immer wieder Argumente zur Stützung des Qualia-Konzeptes formuliert. Einige haben das Ziel, das Problem genauer zu bestimmen, andere wollen aus ihm Konsequenzen ziehen, etwa eine Kritik des Materialismus. Hauptartikel Das berühmteste gegen den Materialismus gerichtete Qualia-basierte Argument kommt von dem australischen Philosophen Frank Cameron Jackson. In seinem Aufsatz What Mary Didn't Know formuliert Jackson das Gedankenexperiment der Superwissenschaftlerin Mary. Mary ist eine auf Farbensehen spezialisierte Physiologin, die seit ihrer Geburt in einem schwarz-weißen Labor gefangen ist und noch nie Farben gesehen hat. Sie kennt alle physischen Fakten über das Sehen von Farben, weiß jedoch nicht, wie Farben aussehen. Jacksons Argument gegen den Materialismus ist nun recht kurz. Mary kennt alle physischen Fakten über das Sehen von Farben, sie kennt dennoch nicht alle Fakten über das Sehen von Farben. Er schließt daraus, dass es nicht physische Fakten gäbe und der Materialismus falsch sei. Gegen dieses Argument sind verschiedene materialistische Erwiderungen vorgebracht worden. David Lewis argumentiert, dass Mary keine neuen Fakten kennenlernt, wenn sie erstmals Farben sieht. Vielmehr würde sie allein eine neue Fähigkeit erwerben, die Fähigkeit, Farben visuell zu unterscheiden. Michael T.Y.E. argumentiert ebenfalls, dass Mary vor ihrer Befreiung alle Fakten über das Sehen von Farben kennen würde. Mary würde lediglich einen schon bekannten Fakt auf eine neue Weise kennenlernen. Daniel Dennett erklärt schließlich sogar, dass es für Mary gar nichts Neues gäbe, wenn sie Farben zum ersten Mal visuell wahrnimmt. Ein so umfassendes physiologisches Wissen über das Sehen von Farben, sie weiß alles, würde sie mit allen Informationen ausstatten. Fehlende und invertierte Qualia Auch mit den Gedankenexperimenten der fehlenden und invertierten Qualia ist der Anspruch verbunden, die Rätselhaftigkeit der Qualia nachzuweisen. Die Gedankenexperimente fußen auf der Tatsache, dass der Übergang von Neuronen-Zuständen zu Erlebniszuständen keineswegs offensichtlich ist. Ein Beispiel Ein neuronaler Zustand A geht mit einer Rotwahrnehmung, ein Zustand B mit einer Blauwahrnehmung einher. Nun sagt das Gedankenexperiment der invertierten Qualia, dass es auch vorstellbar sei, dass dies genau umgekehrt ablaufe. Derselbe neuronale Zustand A könne auch mit einer Blauwahrnehmung, derselbe neuronale Zustand B mit einer Rotwahrnehmung einhergehen. Das Gedankenexperiment der fehlenden Qualia behauptet darüber hinaus, dass es sogar vorstellbar sei, dass einem Neuronen-Zustand gar keine Qualia gegenüberstehen. Die Idee der fehlenden Qualia läuft daher auf die Hypothese der philosophischen Zombies hinaus. Es sei vorstellbar, dass Wesen die gleichen Neuronen-Zustände wie andere Menschen haben und sich daher auch im Verhalten nicht von diesen unterscheiden. Dennoch hätten sie in Bezug auf den betrachteten Neuronen-Zustand kein Erleben. Den Neuronen-Zuständen korrelierten also keine Qualia. Hinsichtlich der Motive für diese Gedankenexperimente muss man zwischen zwei verschiedenen Lesarten einer Erkenntnistheoretischen und einer Metaphysischen unterscheiden. Philosophen, welche die Erkenntnistheoretische Lesart bevorzugen, wollen mit den Gedankenexperimenten zeigen, dass sich Qualia noch nicht auf neuronale Zustände reduzieren lassen. Sie argumentieren, dass die Vorstellbarkeit des Auseinandertretens von Neuron-Alem-Zustand und Qualia zeige, dass wir die Verbindung zwischen beiden nicht verstanden haben. Hier wird oft das Wasserbeispiel bemüht. Wenn Wasser erfolgreich auf H2O reduziert worden ist, sei es nicht mehr vorstellbar, dass H2O vorliege ohne dass zugleich Wasser vorliege. Dies sei einfach deshalb nicht vorstellbar, weil das Vorliegen von Wasser unter den Gegebenheiten der Chemie und der Physik aus dem Vorliegen von H2O ableitbar ist. Nur deshalb könne man sagen, dass Wasser auf H2O reduziert worden sei. Ein Äquivalent der chemisch-physikalischen Theorie, die dieser erfolgreichen Reduktion zugrunde liegt, fehlt jedoch im Bereich der Neuron-Alem- und mentalen Phänomene. Die metaphysische Leser der Konzepte der invertierten und fehlenden Qualia haben hingegen noch weiter reichende Folgen. Vertreter dieser Argumentationsrichtung wollen mit den Gedankenexperimenten beweisen, dass Qualia nicht mit Eigenschaften von Neuron-Alem-Zuständen identisch sind. Sie haben damit letztlich eine Widerlegung des Materialismus im Sinn. Sie argumentieren wie folgt, wenn X und Y identisch sind, dann ist es nicht möglich, dass X vorliegt, ohne dass zugleich Y vorliegt. Dies könne man sich an einem Beispiel leicht verdeutlichen. Wenn Augustus mit Octavian identisch ist, dann ist es nicht möglich, dass Augustus ohne Octavian auftritt, sie sind schließlich eine Person. Nun argumentieren die Vertreter der metaphysischen Lesart weiter, dass die Gedankenexperimente aber gezeigt hätten, dass es möglich sei. Dass neuronale Zustände ohne Qualia auftreten. Also könnten Qualia nicht mit Eigenschaften von Neuron-Alem-Zuständen identisch sein. Eine solche Argumentation muss sich natürlich den Einwand gefallen lassen, dass die Gedankenexperimente gar nicht zeigen, dass es möglich sei, dass neuronale Zustände ohne Qualia auftreten. Sie zeigen nur, dass dies vorstellbar ist. Vertreter der metaphysischen Lesart erwidern darauf, dass a priori Vorstellbarkeit immer auch prinzipielle Möglichkeit impliziere. Einflussreiche Argumente, die dies zeigen sollen, hat Saul Kripke formuliert. Eine neuere Ausarbeitung bieten Frank Cameron Jackson und David Chalmers. Von grundlegender Bedeutung ist hierbei die sogenannte zweidimensionale Semantik. Alex Byrne, Inverted Qualia, in Edward N. Salter, Stanford in Cyclop. Ideäre of Philosophy, Erklärungsmodelle. Repräsentationalistische Strategien erfreuen sich unter materialistischen Philosophen großer Beliebtheit. Varianten werden etwa von Thomas Metzinger, Friedrich G. und Michael Tye vertreten. Ein Ziel solcher Positionen ist es Qualia auf repräsentationale Zustände zurückzuführen. Wenn man sich etwa mit einer Nadel in den Finger sticht, wird der Stich durch neuronale Zustände repräsentiert. Das Erleben soll nun nichts anderes als der Modus dieser Repräsentation sein. Nun wird oft eingewandt, dass es aber nicht plausibel sei, dass Repräsentationen schon eine hinreichende Bedingung für Erleben sind. Zum einen haben simple Systeme wie etwa ein Thermostat auch repräsentationale Zustände. Zum anderen scheint es auch beim Menschen unbewusste Repräsentationen zu geben. Ein Beispiel aus der Neuropsychologie sind etwa die Fälle von Rindenblindheit, in denen Menschen Wahrnehmungen haben, die sie jedoch nicht kognitiv oder qualitativ registrieren. Manche Philosophen wie David Rosenthal vertreten daher etwa einen Metarepräsentationalismus. Nach ihm werden qualitative Zustände durch Repräsentationen von Repräsentationen realisiert. Nun sind aber alle repräsentationalistischen Strategien mit dem Einwand konfrontiert, dass auch sie das Qualia-Problem nicht lösen können. Denn man kann auch bei Repräsentationen in Zuständen fragen, warum sie denn von Erleben begleitet sein sollen. Wären nicht auch alle Repräsentationen ohne Qualia denkbar? Einige materialistische Philosophen reagieren auf dieses Problem, indem sie behaupten, dass sie gar nicht erklären müssten, wie materielle etwa repräsentationale Zustände zu Erleben führen. So hat etwa David Papainow argumentiert, dass man die Identität von einem Erlebniszustand mit einem materiellen Zustand einfach akzeptieren müsse, ohne eine Erklärung für diese Identität verlangen zu können. Die Frage, warum sind X und Y miteinander identisch, sei einfach eine schlechte Frage und daher erweise sich das Rätsel der Qualia als ein Scheinproblem. Vertreter der These, dass Qualia rätselhaft seien, erwidern auf diesen Einwand, dass sie gar nicht die genannte Frage stellen würden. Sie erklären, dass sie viel mehr wissen wollten, wie es überhaupt möglich sei, dass das subjektive Erleben mit einem materiellen Prozess identisch sei und sie behaupten, dass diese Frage nicht geklärt sei, solange keine Reduktion der Qualia gelungen sei. Während Papainow auch die zweite Frage für unberechtigt hält, erkennen andere materialistische Philosophen hier die Existenz eines Rätsels an. Wieder andere wenden sich der Position des Qualia-Eliminativismus zu oder verlassen den Rahmen materialistischer Theorien. Einen besonders radikalen Vorschlag zur Lösung des Qualia-Problems macht der US-amerikanische Philosoph Daniel Dennett. Er behauptet, dass es Qualia in Wirklichkeit gar nicht gäbe. Eine solche Position erscheint manchem anderen Philosophen als vollkommen unplausibel, wenn nicht gar unverständlich. Natürlich haben wir subjektive Erlebnisse, erklären sie, nichts könnte sicherer sein als dies. Dennett hingegen behauptet, dass solche Äußerungen nur der Ausdruck veralteter metaphysischer Intuitionen seien, die sich noch aus der Metaphysik in der Tradition von René Descartes speisen. In Wirklichkeit sei Qualia ein vollkommen widersprüchlicher Begriff, der im Zuge des wissenschaftlichen Fortschrittes abgeschafft werden könne, ähnlich den Begriffen Hexe oder Phlogisten. Dennett macht sich nun daran, die verschiedenen Vorstellungen, die man von Qualia hat anzugreifen und meint, dass diese Eigenschaften den Qualia keineswegs zugesprochen werden können. Es bleibe laut Dennett eine leere Begriffshilse übrig, die verlustlos abgeschafft werden könne, Auch wenn viele Philosophen Dennett's Argumentation ablehnen, hat sie doch eine weite Debatte ausgelöst. Dennett's Position wird etwa von Patricia Churchland und Paul Churchland sowie weiteren eliminativen Materialisten unterstützt. Siehe auch, da reduktionistische und eliminative Strategien für manche vor enormen Problemen stehen, werden Positionen attraktiv, die erklären, dass es gar nicht notwendig sei, solche Versuche zu unternehmen. Die klassische nicht-reduktionistische und nicht-eliminative Position ist der Dualismus. Wenn Qualia gar keine materiellen Entitäten sind, braucht man sie weder auf neuronale Zustände zu reduzieren noch sich Sorgen zu machen. Wenn solche Reduktionsversuche scheitern, gegen einen dualistischen Lösungsansatz wird jedoch traditionell eingewandt, dass er nicht mehr die Interaktion von Qualia mit der materiellen Welt verständlich machen könne. Schließlich habe jedes physische Ereignis auch eine hinreichende physische Ursache. Es bliebe also gar kein Platz für immaterielle Ursachen. Es scheine nämlich sehr unplausibel zu sein, zu behaupten, dass etwa eine Schmerzempfindung keine Ursache für ein physisches Ereignis nämlich das Verhalten der Person sein könne. Eine besonders prägnante Formulierung dieser Schwierigkeiten bietet das sogenannte Bieri-Trilemma. Eine andere nicht-reduktionistische und nicht-eliminative Position ist der Begriffspluralismus, wie er etwa von Nelson Gutmann formuliert worden ist. Er behauptet, dass es verschiedene Beschreibungsweisen gäbe, die gleichberechtigt nebeneinander stünden und dennoch nicht aufeinander zurückführbar seien. So seien der Schmerz beim Berühren einer heißen Herdplatte und die Neuronaenaktivitäten im Gehirn des Betreffenden logisch äquivalent, quasi als unterschiedliche Seiten derselben Münze. Angelehnt an den Panpsychismus besteht ein Ansatz, wonach jedem Zustand eines beliebigen physischen Systems ein Quale oder Einsatz von Qualia entspreche. Dabei müsse nicht notwendigerweise ein Dualismus im Sinne von Beseeltheit der Dinge angenommen werden. Dieser Ansatz habe den Vorteil, dass er keine qualitativen Sprünge beim Übergang von unbelebter zu belebter Materie annehme. Das komplexe menschliche Bewusstsein setze sich vielmehr aus Elementarqualia zusammen und lasse sich somit auf Elementarprozesse reduzieren. Analog der Reduktion der physischen Erscheinung des Menschen als Vielteilchensystem auf elementare physikalische Prozesse. In diese Richtung argumentiert etwa David Schalmers. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Argumentation jedoch unbefriedigend, da kein Experiment bekannt ist, mit dem die Existenz dieser Elementarqualia nachzuweisen oder zu widerlegen wäre. Lässt sich das Problem der Qualia lösen. Seitens der Vertreter des Qualia-Konzeptes wurden immer wieder Stimmen laut, die das angenommene Rätsel der Qualia für nicht lösbar halten. Eine solche Position wird vor allem von Philosophen vertreten, die zwar am Materialismus festhalten wollen, aber reduktionistische und eliminative Strategien für unplausibel halten. Thomas Nagel zieht etwa die Möglichkeit in Betracht, dass die heutige Wissenschaft einfach noch nicht weit genug sei, um das Qualia-Problem zu lösen. Vielmehr bedürfe es einer neuen wissenschaftlichen Revolution, bevor eine Antwort auf dieses Rätsel gefunden werden könne. Als Analogie biete sich die Weltsicht vor und nach der kopernikanischen Wende an. Manche astronomischen Phänomene seien im Rahmen des geozentrischen Weltbildes einfach nicht zu erklären gewesen. Es habe erst eines grundlegenden Wandels in den wissenschaftlichen Theorien bedurft. Vielleicht sei eine Lösung des Qualia-Problems erst in der Zukunft durch neue und grundlegende Erkenntnisse der Neuro- und Kognitionswissenschaften möglich. Der britische Philosoph Colin M. Zegen geht noch einen Schritt weiter. Er behauptet, dass das Qualia-Problem für die Menschheit grundsätzlich nicht lösbar sei. Menschen hätten im Laufe der Evolution einen kognitiven Apparat entwickelt, der keineswegs dazu geeignet sei, alle Probleme zu lösen. Vielmehr sei es plausibel, dass auch der menschlichen Kognition grundsätzliche Schranken gesetzt seien und dass wir bei den Qualia eine dieser Schranken erreicht hätten. Diese Anschauung wiederum wurde heftig kritisiert von anderen Philosophen wie etwa Owen Flanagan, die M. Zegen als New Mysterion bezeichneten. Weiterführende Themen Für den weiteren Kontext der Debatten um Qualia siehe Philosophie des Geistes, Bewusstsein und mentale Verursachung, für den wissenschaftstheoretischen Hintergrund von den Debatten um Erklärbarkeit von Qualia siehe Reduktionismus, für die ontologischen Konsequenzen aus der Qualia-Debatte siehe Dualismus und Physikalismus. Untertitelung des EMPR drill Assistant